Hey, kennt ihr den? Das ist der Bär vom heiligen Korbinian. Warum ein Heiliger einen Bären hat? Ganz einfach. Er hat mal sein Pferd gefressen und musste daher das Gepäck vom Korbinian tragen. Dieser Korbinian hat bald Namenstag. Ich heiße übrigens auch Korbinian. Und deshalb gibt es ein riesengroßes Fest in, ja genau, in Freising. Da gibt es dann Gottesdienst, Markt, mit ganz viel zu essen. Zum Beispiel die Korbiniansbären. Die sind saulecker. Also ich bin dabei. Und ihr?